Und genau das kann hier nicht passieren. Wer sich mit Wasser, Wärme und Wellness ganz besonders gut auskennt, ist die Firma Blättermann in Wolgast, kurz vor der schönen Insel Usedom. Ihr kompetenter Ansprechpartner und Meisterbetrieb für Heizung und Sanitär, innovative Haus- und Energietechnik. Nehmen Sie sich nur drei Minuten Zeit, um das Unternehmen Blättermann kennenzulernen. So, wir gehen jetzt hier gemeinsam mal in das Unternehmen rein und gucken mal, wer oder was uns hier so begegnet. Ah, da haben wir gleich zwei ganz wichtige, Anne Blättermann und Christine Löber, die für die Materialwirtschaft und die Buchhaltung verantwortlich sind. Gleich nebenan finden wir die Schaltzentrale. Hier, wo alle Fäden zusammenlaufen, sitzt die Chefsekretärin, Carola Riemer. So, wen haben wir denn hier? Ach so, das sind die beiden Projektleiter, Frank Kuttner und Dirk Köhler. Die beiden brüten hier gerade eine raffinierte Badeinrichtung aus. Gleich nebenan im Schulungsraum hält der Kundendienstleiter Gerd Dehn seine Kundendienstmonteure im Rahmen einer Produktvorstellung auf dem neuesten Stand der Technik. Nach dem Lernen geht's zum Kunden. Hier eine der Kundendienstmonteure bei der Wartung eines Gasbrennwertgerätes. Die Montage eines hochwertigen Bades. Inbetriebnahme einer Erdwärmepumpe. Montage von Badmöbeln. Kontrolle einer Luftwärmepumpe. Vorbereitung der Verlegung einer Fußbodenheizung. Oder der Einbau eines spürrandlosen Hygiene-WC. Und da haben wir den Chef, Mirko Blättermann. Immer irgendwo in Aktion. Auf einer Reise über die Insel Usedom zeige ich Ihnen jetzt einfach mal ein paar Objekte, die im Bereich Heizung und Sanitär komplett von Blättermann ausgestattet wurden. Dabei garantieren professionell geschulte Mitarbeiter einen reibungslosen Bauablauf vom ersten Kontakt bis zur Übergabe. Ob bei Ihrem neuen Wohlfühlbad aus einer Hand oder einer Heizungsanlage auf dem neuesten Stand der Technik, hier stimmen Qualität, Termintreue, getroffene Vereinbarungen und nicht zuletzt auch die kaufmännische Abwicklung, die Erreichbarkeit der Firma und der Kundendienst. Individuelle Badplanungen und Erarbeitung von Energiekonzepten gehören genauso zum Gesamtkonzept des Ausbildungsbetriebes Blättermann wie besondere Sauberkeit, Ordnung und Freundlichkeit eines jeden einzelnen Mitarbeiters. Das Fundament des Erfolges des seit 1990 bestehenden Unternehmens ist das bewiesene Vertrauen, die gelebte Zuverlässigkeit und die umgesetzte Nachhaltigkeit. Besuchen Sie uns einmal am Schanzberg in Wolgast. Beobachtung folgt des Unternehmens. GelasBUf. Beobachtung без Erreichbarkeit.